Wieso ich nicht DC Universe Online spiele? Tja, ich weiß nicht, ob du mein Dings gesehen hast. Mein Let's Play zu... Was müsste ich denn da nochmal machen? Mein Let's Play zu Godzilla. Da war das so, DC Universe Online wurde quasi fertiggestellt mit dem Download. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Oh, scheiße, er glänzt an uns dran. Komm, bring uns hier raus. Oh, dass hier das ruckelt. Bis zum GCPD oder wo muss ich hin? Nicht so, als hättest du keine Angst. Okay, Batman. Da, ich hab's gesagt. Und wo ist er? Nirgends. Der Aff ist auch weg, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Auf Steam, ja, auf Steam habe ich DC Universe Online. Dummerweise geht da mein alter Account nicht mehr. Und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Was ist denn das für ein Mist? Wie soll ich das denn schaffen in der Zeit? Das ging jetzt ja gar nicht. Ich kann dich nicht auch genug scheitern sehen. Genug scheitern. Hey, Gamer Kid. Jetzt muss ich da wirklich wieder hin, in diesen blöden Puff hier. Wo ist denn das? Wo war denn das jetzt? War das hier? Ich glaub, das war hier. Wird der ganze Käse nicht so stark ruckeln? Hätte ich sofort gemacht. Natürlich. Ich brauch irgendwie ne Ausrede jetzt. Der ist sicher krank für Sorge. Alle, die Bruce Wayne kennen, befinden sich plötzlich in der Schusslinie. Was ist der überhaupt gewesen? Nö, Mr. Marv war es nicht, oder? Doch, hier vorne. Nein, es gab noch keinen Patch. Leider nicht. Der kommt irgendwann im Herbst. Hoffentlich dieses Jahr noch. So, sollte ich das Rennen mal versuchen, mit dem Auto zu knacken? Na. Mehr Gefühl. Mehr Gefühl. Ganz sanft. Seid zärtlich zu ihm. Und dann voll drauf. Zeit gegen mich zu fahren, Batman. Nun, nicht gegen mich, sondern meine theoretische Zeit, in der ich diesen Kurs abschließen würde. Wie das ruckelt. Mit dem Auto bin ich eindeutig schneller. Auch wenn ich quasi nur in Zeitlupe fahre. Ich wünsch dir Jokers Funland, wenn eure Betriebe. Keine Schlangen am Riesenrad. Was ist denn das jetzt hier für ein Käse? Nein, jetzt schaffe ich das gerade nicht, weil ich jetzt hier das Ding falsch gezündet habe. Ach je. Naja, dafür zeige ich euch jetzt einen coolen Ritt durchs Fenster. Nicht mal das funktioniert. Oder ich mache ein anderes Riesenrad. Hey, Raven. Ich glaube, du wirst meine nächste Herausforderung. So, was mache ich jetzt hier? Also, das bringt jetzt genau was. So, der geht auf. Kann ich da rein, als Batman? Kann ich. Ich bin auch dabei zugesehen, wie meine Eltern getötet wurden. Ich bin trotzdem nicht so selbstgerecht geworden. Ich verstehe das nicht. Was hat Wayne davon? Kann er dieses Panzerauto von der Steuer absetzen, oder was? Eine gute Frage. Ja, schon witzig, das unter Steuer abzusetzen. Bitte, bitte doch, mach ein Fight, bitte. Ja, ich würde auch gerne kämpfen. Linia, ehrlich. Blöderweise gibt es ja hier nichts. Und das, was ich hier im Moment mache, diesen ganzen Käse, das mache ich, damit ich den letzten, den letzten großen Kampf machen kann. Diese schönen, unscharfen Texturen. Ja, herrlich, ne? So, ja, das blöde Ding hatte ich ja schon. Was ist denn das für ein cooles? Happy Halloween, Gotham City. Einen weiteren Kampf. Warte mal. Vielleicht finde ich ja irgendwo was. Oh, hier, wir können versuchen, L-Gamer zu schlagen. Ach komm, ich bin so gut gestartet hier. So, ein Kampf. Was geht denn jetzt ab? Ich wollte jetzt nicht L-Gamers Profil aufrufen. Ich möchte jetzt gerne starten. Simulation aktiviert. Hier wird keiner abgemutzt. Komm, ich bin so gut gestartet. Hier wird keiner abgemutzt. Dann geht's! so schnell kommen wir in einen kampf keine glade ich muss mich quasi nur darum bitten und schon geht der nächste kampf hier los 9200 das ist doch gar nicht schlecht 9600 für den ersten versuch letzter platz ja alter lgb 76000 alter gegen dich steige ich nicht in den in den regen was wieso denn jetzt noch mal den wollte ich jetzt nicht so das bedürfnis an einem kampf habe ich doch gleich gerne wieder befriedigt so nächste geschichte nächstes riddler ding warte mal ich sollte mal eine insel nach der anderen machen nicht alle auf einmal wo habe ich angefangen wahrscheinlich oben auf blick island dann machen wir ein blick island auch weiter so hier sind ganz ganz viele gerät was habe ich verpasst bitte lasst mein fenster heilen kombomeister so nennt man das so hier ist der nächste spaß kobra du musst noch mal noch mal schreiben was gewollt ist das ist eine super sache schön dass ihr da seid schon lange nicht mehr gekämpft schön stylisch war das auch noch der stream sam kam heute noch nicht ja ich glaube ich kann ihn auch nicht mehr machen warte mal kurz gucken stream song den habe ich glaube ich einmal gespielt bisher und dann nie wieder das ist immer immer gut das alles live zu machen normalerweise ja normalerweise mache ich immer nur dann musik wenn jemand donated hat so als special donation ding aber da ich heute noch gar nichts gespielt habe hast du ja recht weiter here it you 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 you